Ist es nicht wunderschön, die Natur zu sehen? Hier der Schwan, der sich gerade putzt, vor einer Minute war er gerade da beschäftigt, sein Nest aufzubauen. Und da sehen wir die Achteier, wo die kleinen Schwäne darauf warten, geboren zu werden und alles geschieht von selbst. Da ist kein Ego, das etwas erreichen möchte, das ist einfach die Natur, die aus sich selbst heraus funktioniert. Da ist kein Macher, das ist ein Geschehen, ein Geschehen des Lebens, das aus sich selbst heraus funktioniert. Da gibt es kein Ego, das etwas erreichen möchte. Das ist einfach nur das Sein, das sich ausdrückt in den verschiedensten Formen.